komm klingel telefon klingel ich weiß dass du klingeln willst dann knopf irgendwo so wie der die tasse hebt dann nehme ich mit rüsterchen check den shop alles schmeckt besser aus dem mischeltasen ich sage was lecker ja jetzt solcher wieder da ist nichts und dann gehen wir wieder ich wollte werfen okay so jetzt wirst du lebendig und jagst mich oder schnall weg schnall oh hey work like a charm katzenen must a trip because of all somewhere i in the really i'll just keep reset until we fix it we'll need to restart the generator mann we will you go then there's two jobs here mccleary the jenny's in the fall you deal with the jenny's now find a fall what the fuck was that i don't know the generators are that way i don't know i'm no fucking good in there have you got a better plan no hey well i fucking didn't think you would have somehow fucking go on where hey where you go then no mach dich vom acker ah jetzt kann ich da hin nehmen wir gleich mal die spürdose das schmiedermittel hm so ich will es wieder wo ist es da muss ich bestimmt mal werfen oh da ist es viel oh ne ne wenn ich es da runterschmeiß hahaha ich bin ja kein kleiner dummer ne auch wenn es eine falsche betonung war ach ich idiot es wäre drei kommen die feste will das nicht streter das war marcus krebs ultra geil und es sieht schon creepy aus creepy i would say okay ah hier boah ein hammer ne hammer geht nicht hammer hammer noch ne dose willst du mich jagen und hier hoch werfen kann ja man irgendwie klingt es groß und gruselig muss ich da durch bestimmt ne weil hier ist bestimmt zu ne hier ist offen okay warum ah er hat keine schrauben da können wir gar keinen krach machen hier scheint kalt zu sein ja was wohl ein monster okay lass mal liegen lockt 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 oh hier ne keine schrauben ich hätte mir auch vorher mal gucken können ne boah ich habe so das gefühl das vieh wird gleich wach jesus wo muss ich hin dahin da hoch na dann wenn da so viele stupflöcher sind ne nicht erschrecken nicht erschrecken mal kurz die lage checken naja das ist so ein fluchtweg nach draußen okay muss man ja gucken ne man die dose naja ja was geht geht okay kann man da hinten hin irgendein schaberner treiben lose was ist denn hier los mein herz das kann man nicht benutzen ok auch noch dinge ich glaube hier liegt genug rum zumindest mal ab jetzt was man da noch packen kann was man da noch packen kann habe ich als jugendlicher gern getrunken stroh und cola 80 prozent das zeug geil aber da war ich noch jung sehr jung 15 16 das ist schon ein paar monate her muss ich gestehen das ist schon ein paar monate her muss ich gestehen abfahrt mia einen wunderschönen guten abend na geht es gut ich habe wieder ein bisschen horror gefunden und das entwickelt sich ganz schön hier ja mir geht es auch soweit gut kann nicht klagen kann nicht klagen also könnte aber da ich ab nächste woche zwei wochen urlaub habe gibt es keinen grund zu klagen da habe ich zwei wochen zeit mich auf der couch zu verkrümeln und zu weinen ok ist das ja mehr action als horror ja aber echt ne also eigentlich ich finde dankeschön dankeschön eigentlich dachte ich am anfang noch dass es mehr action ist wie horror so viele wege wo sich verstecken kann da kommt doch gleich was da hinten da hinten jawohl natürlich hätte man ja hier nicht einfach einen schalter hin machen können hier hier es geht hier nichts stimmt wir immer zusammen urlaub jawohl haben wir exakt morgen und also ich wenn ich mir irgendwas vornehme und plauder das aus dann geht das meist schief was schlecht ist aber ich sag mal klar die erste woche habe ich meinen mein sohnmann da gibt es dann auch da kommt einer bitte gehen sie weiter es gibt hier nichts zu sehen da ist dann Streaming Pause ne eine woche aber die woche danach bin ich free und habe mal vor Pakt über zu streamen morgens noch am frühstück schon anzufangen und dann einfach mal gucken was sich ergibt wo ist er da ist er geh weg geh weg ausgetrickst lag hier was nein ja dann muss einfach mal schauen ob das dann funktioniert mit dem Stream kommt halt immer auf die Lust auf die Psyche und auf so viele andere Dinge an aber das wird sich dann zeigen oh da vorne ist es und die Taschenlappe geht nicht wenn der nahe ist das ist ja fies ha ha muss ich da hoch? da hoch immer noch der ist genau hier oder? ja ja das ist aber der richtige Weg pass auf geh weg jetzt oh ich hab ihn noch berührt wie war das eklig geh da rüber verdammt der geht nicht da rüber oh 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 blau forest schnell schnell oh 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 boah hui da ist er das ist ein guter Weg da ist er uff ha 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 hoppala nicht reinkommen hat zugemacht okay was geht denn hier das gefällt dem was muss ich denn in der richtigen reihenfolge okay da werde ich eure hilfe brauchen okay also das hat ja super geklappt grün grün ist gut passen die modes sehr geil Ich habe letzte Woche zwei Nosferatu-Spinnen hier gefangen. Eine im Wohnzimmer, am Esszimmertisch und eine im Badezimmer. Ich habe Fotos gemacht. Da sind die eklig. Ich habe es ja eh nicht so mit Spinnen. Wenn du dann noch Nosferatu-Spinnen hast, die einen giftigen Biss haben und tatsächlich auch durch die menschliche Haut können und sich das anfühlt wie ein Wespenstich, habe ich keinen Bock drauf. Stört mich. Ja klar, da noch einen Schlüssel reinstecken. Ihr habt sie doch nicht alle. Also ich weiß nicht mehr, was du damit ausdrücken willst, aber aus der Sicht eines Mannes sehe ich da was sehr Schönes. Oha, oha. Aber im Stuhl sieht man es gar nicht, dass die Zunge sich noch bewegt. Das sieht falsch aus. Aber das finde ich nicht. Für mich sieht es gut aus. Das ist fast. Warum muss ich jetzt hier oben wieder? Nein. Hier muss ich lang. Toffel, steh mir bei. Das sieht doch heftig aus. Ist der noch da? Klar. Wo soll er denn hin? Muss genau da hin. Hoppala. Oh oh. Okay. Starten. Das ist auch geil, Mia. Das ist auch geil. Haha. Sieht aus, als würdest du mir die Achselhülle auslecken. Ich weiß nicht, wo es da ist. Oh, scheiße. Er ist zurück. Oh oh. Oh oh. Behebe die Störungen in der Schlammverarbeitung. Geh weg. Geh weg. Oh, hier ist was zu werfen. Hammer. Ich habe. So, ich muss da runter. Also werf ich. Wo ist er? Da oben. Oh, der will immer größer. Kann das sein? Das war knapp. Das will ich mal so erwähnen. Ja, das sieht aus wie Achsel lecken. Toffe lecken. Toffe lecken. Oh nein. Geh weg. Toffe lecken. Toffe lecken. Renn, Alter. Renn. Oh. Oh, oh, oh. Boah, Alter. Wer ist immer noch da? Geh weg. Komm, ich geh mal da ran. Vielleicht liegt da was zu werfen. Da liegt was zu werfen. Ich hol mir eine Bande. Na, oh. Banane. Ist aber eigentlich eher andersrum. Oh, das mit der Tentakt ist aber auch gut. Wo ist denn der? Alter, wo habe ich ihn hingeworfen? Junge. Was sind das hier für Wege? Das ist ja unergründlich. Da trauen wir sich hin. Ist ja schon wieder da. Das war cool. Das war cool. Wie findet er mich immer so schnell? Ah, da muss ich raus. Was ist? Oh, Alter, weg hier. Aber schnell. Hä? Das liegt am Axel-Juluch. Mein neues Parfum. Axel Schweiß. Mein neues Parfum.